Die zu euch. 100% Cheating. 100% Cheating. Die facet sich und haut direkt hin. Die weiß ganz genau, wo du bist. Ja, oder sie hat ein Fussballer. Kann schon sein. Na, null. Null. Die weiß immer genau, wo du bist. Die weiß es exakt. Ja, das ist schon zu auffällig auf jeden Fall. Ich hab dir schon recht. Warum so viele Hackers? Warum es tatsächlich so viele Hacker bei Daylife sind? Da. Die weiß genau, wo er ist. Da ist ein Tod im Hürde, ich finde. Danke, Partner. Ach komm. Wie gesagt, die hackt. Ich weiß genau, wo ihr seid. Kann doch nicht schon wieder facewalken außerdem. Die doch gerade erst cut. Aber dafür ist es auch schlecht. So viele Hacker. So viele Hacker. Die hat doch an, Alter. Die hat safe an. Aber sowas von. Aber sowas von. Ich bin sauer, wenn ich nicht mehr geben kann. Ich kann den Report mal direkt auch machen. Die Schock. Guck mal, wenn die keinen Nurses hat, dann hat die sowas von an. Oh man, fucking Hacker. Oh man, fucking Hacker. Ist das ein Konsolen-Gamer? Nee. 64 Stunden. Wurde schon mal gebannt. Okay, das sagt doch schon alles. Bei 64 Stunden ist es halt schon mehr als auffällig, weil es ein neuer Account ist. Manche Leute haben halt echt besser was zu tun, als zu shooten. Einen Multiplayer-Game vor allem auch noch. Nice Hacks. Abfalling. 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 kann auch gar nicht sein dass er sie nicht findet macht er es lag Sieh'n oder was? Ist es mit dir? Bist du noch? Nee, nee. Ja, aber... Wir schauen, was du jetzt für Perks hattest. Ja, ja, er hackt 100%. Er hat keinen Nurses. Er hat keinen Nurses, Frederic. Und er hat keinen Barbecue. Nice Hex. No Nurses. Nope. Das ist ein Spastier. Also wenn man schon hackt, dann ist man wenigstens. Ich glaube nicht. Okay. 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 Haha. Untertitelung des ZDF, 2020